und damit herzlich willkommen zu einer weiteren episode von the invincible bei mir ist ein bisschen zeit vergangen zur letzten episode ich habe ein bisschen nachspielen müssen dass ich bin wieder in diesem generator drin gestartet bin jetzt in den einen wagen hier rein habe die ladung geprüft ich meinte das haben wir in der letzten episode auch noch gemacht und jetzt hat es geheißen ich soll mal rausgucken und genau an dem punkt machen wir jetzt auch hier weiter also da ist die ladung mit diesen tollen fliegen machen wir auf ja 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 gar nicht mit dem Ja, abhaben bitte Okay Ich kann glaube ich nicht selber fahren Ich habe so keine Ahnung Wo wir hinfahren Sie haben uns nicht angegriffen Noch nicht Oder auch nicht Oh, das ist nicht die erste Begegnung gewesen Warum hat er uns das am Anfang nicht schon erzählt Dass wir unseren Mix erinnern konnten Ja, das ist die gleiche Sache Over und over again No, we finally ran out of luck Too much in this damn curiosity Who needs to know what might kill us We're getting killed anyway By people Anti-Maticanus And Tarth Worldwide doubt I don't know if I should interrupt your speech Sir It is quite interesting to listen to If das uns liebe es Please forgive me Astrogator For continuing to Well Be alive You know that's not what I meant If it weren't for me You could have just flown away Sir That's not true, Doctor At least we aren't the truth About this planet And the inorganic beings That inhabit it What good does that do us, though? We know the cause of the stupid But maybe we can find a way to cure our people If anyone from the Alliance survived And they already started their research into a cure I wouldn't count on it It's more likely they're all dead Not necessarily It's a large base And I only found a few bodies Das stimmt But why? Oh, stimmt, der Barone ist weg Something changed The Barone over the base disappeared You mean it flew away Or did it fall to the ground? Yeah, I hope it's a ladder If it caught the west wind Who would have fallen in this area? Lokalisiere den Erkundungsballon Ne? Äh, ich krieg's nicht schärfer Ah, doch, so Ist er das? Ja Äh I guess Was das? Ne, ich soll da noch was machen Uh, da ist ja jemand Oh, das ist wieder der Roboter Ja 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 Ja, wie Menschen Wie hast du das denn gesehen? I don't know He looked different I see And now they are nowhere to be found Ja So ungefähr Ja Das Balloon ist noch da, ist es nicht? Wenn es operativen Kameras hatte, dann bekommen wir noch ein paar Antworten. Du musst mich nicht überzeugen, Astrogator. Ich gehe. Die Röver ist nahe, wenn du brauchst. Gut, zu wissen. Ich glaube, wir machen mal noch kurz noch ein Bild. Schade, mit dem wäre ich gerne ein bisschen weitergefahren. Lass mich nur sagen, das ist praktisch alles verletzt. Ich weiß nicht, wo die Frustration endet. Naja, da geht es schon mal nicht runter. Holbar. Ähm, muss ich jetzt nicht nach da vorne irgendwo runter? Ähm. Ich kenne die Ursache. Ja, ich erinnere mich. Ich wurde dann schlecht verletzt, und ich verletzte die Radio. Und du hast deine Erinnerung. Die Sache ist, es war nicht die reale Grund. Es gab auch die Böse. Es gab auch da, erinnere mich. Erinnere mich? Ja, nach dem Fall, die gleiche Blatt-Kleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel-Fleutel. Ja, aber wir wurden da nicht irgendwie so krass angegriffen. Warum auch immer. Und warum ist der von alleine gefahren? War das der Astrogator? Okay, schräg. Äh. Und einsteigen darf ich jetzt nicht, oder wie? Okay. Nur von dieser Seite. Okay. Los geht's zu dem Ballon da. Müsste ja eigentlich ziemlich straight forward sein. Ich würde mal... Geht's hier vielleicht runter? Ah, das sieht doch gut aus. Wo war jetzt der Ballon? Ah, ich weiß, wo wir sind. Ja, der ist ja diese... Eine Stille mit dem Teil. Ja, Urlaub wäre nicht schlecht, ne? Haben wir... Ähm... Ach, da oben? Konvoi-Area? Wo ist das ein Ballon hin? Observation? Hier unten? Die Gegenseite. Jetzt wäre natürlich eine Außenkamera... Acht, da unten. Wieso konnte ich nicht aussteigen? Ja, genau. Hallo? 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 Aussteigen? Wollen Sie vielleicht anders parken? Hallo? Will ich da aussteigen? Oder willst du, dass ich nach da oben irgendwie hingehe? Aber... Aber... Ich meine, das... Das ganze Sondenteil ist... Hier unten. Gibt's doch nicht. Warum kann ich nicht aussteigen? Ah, wo geht's? Okay. Ich bin doof. Ne? Ist es offenbar hier schon jemand gewesen ist in der kurzen Zeit? Oder offen vom Absturz? Ach ja, die Fotokarten. Okay, P, was haben wir hier? Ah, Moment. Da war auch noch was. Was haben wir hier alles? Ähm... Keine Ahnung, wo das ist. Fahrzeug im Abhang. I didn't see that from below. They parked several vehicles on top of a nearby hill. Huh. The balloon is moving away from the base. Sieht aus wie ein See. Approximately south. Hier oben haben wir nichts. Ne? Ne? It found some water reservoirs. Many of them. Rocks, water, sand. Anything not worthy. No, not really. No people, units, nor significant changes in the surrounding. Ja, es sieht ziemlich normal aus. Wobei, hier, warum ist es hier so dunkel? Wobei, hier, warum ist es hier so dunkel? No, 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 no. There's no one. They must have set off towards their old base. Or to the ship. But why didn't they wait for the convoy to return? Maybe they didn't know the others were in trouble. Doubtful. It was after the clouds attack. Well then, apparently that's how the alliance treats its people. Lousy. Without dignity. Ja, ich weiß ja nicht. Okay, alles leer. Aber wieso? Ah, found the rover. Aber, was haben wir hier? Mh, man? Und ist es nicht der Roboter? Wait, you're wrong. Someone was in the base. A man. So he's real after all. Yes, I'm not crazy. I saw him. Ja, auf die Laufzeichnung werden jetzt nicht mehr kommen. Okay. Also erstmal. Why? Warum steht der jetzt da hinten? War das dir zu nah? Das Spiel ist komisch heute. Ab zur Basis und dann irgendwo einen Unterschlupf finden. Das wird spaßig. Also. Oh ja. Ich will mal. Jetzt soll man andere Sachen angucken. Ah, Roni. Oh. Das Probe wieder. Es fliegt neben der Base. Mit dem Rang zu dem Kontrollcenter. Mhm. Mhm. Ich. Da fahren wir halt wieder hin. Theoretisch. Ich hoffe, unser Big Boy wird hier nicht aufmachen. Jetzt wäre es uns ein bisschen dämlich. Oh! Ach, da oben! Aber warum sollten die da oben rein, wenn die hier unten die Basis haben? Hm. Ja, also die... Okay. Also das ist jetzt nicht die Probe. Ah doch, da können wir was machen. Ja, okay. Ja, okay. Ja, auch. Und wo ist die andere da vorne? Wenn das die erste ist... Wo könnte die gelandet sein? Die ist ja weit und breit. Ah, nichts. Da hinten ist noch das das Abbauding. Oder muss ich innen drin noch mal was nachsehen? Nee, keine Brune. Ich will ja nicht nach da oben geflogen sein. Soll ich da wieder... Oh, da ist noch so ein Kollege. Ich glaube, das ist die einzige. Ja, das ist nur die. Ja, gut. Gehen wir mal wieder rein. Ah, das ist so ein Labyrinth hier drin. Okay, da geht's auch nicht weiter. Wo war denn dieses Kontrollding? War das nicht hier irgendwo? Da. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier oben irgendwas machen können. Ja, das sieht nicht so aus. Da ist auch nichts... Ah, da kann ich nichts mehr machen. Und hier aus sehe ich auch nichts Interessantes. Warte mal. Nee. Dann weiß ich ein Upsi. Und wieder runter. Okay, von da bin ich gekommen. Wir haben mal hier runter. Sollte... Also sollte ich hier nicht rein. Da geht's auch wieder raus. Jetzt mal ganz kurz gehen zu dem Ort, an dem das eigentlich zuletzt gesehen wurde. Hideout. Command Unit. Wo ist diese Command Unit? Oder war ich in der gerade? Wollen wir mal prüfen. Das hier? Nee. Es ist ein bisschen links von mir. Ich will hier raus. Command Unit. Command Unit. Hä? Ich schaue es genau an. Also, was ist... Hm. Ah, scheiße. Boah, der Roboter hat jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Okay, ähm... Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu diesem Unterschlupf. Ich weiß nicht, ob das das gewesen ist, jetzt hier so mit der Drohne. Einmal reinsteigen, bitte. Und... Wie konnte der andere so schnell sein ohne Auto? Also, wie komme ich da hoch? Und der Schlupf dauernd auf. Ja, und da kann ich natürlich nicht mit dem Auto hoch. Hier. Ich habe so die Vermutung, dass die nicht gut zu sprechen sein werden auf uns. Beginn des Aufstiegs. Äh, nö. Nicht, dass ich... Äh, hallo? Ist jetzt hier nicht mehr da hoch? Ich weiß schon was von verwenden. Ähm. Okay. Es ist der letzte Moment, um zurück zu gehen. Und was? Wie ich mich erinnere, haben wir hier ausgeschlossen. Es ist nur, wenn ich dich wäre. Mit all due Respekt, Astrogator. Es ist mir, die auf der Erde befestigt. Also, wenn du mich lassen möchtest, werde ich meine Chancen nehmen. Und ich werde... Ich werde den Mann finden. Ja, der Rückweg wird spassig. Ah, doch. Oh, guten Tag. Ich habe ihn gefunden. Sehr gut. Jetzt, bitte aufhören und bitte aufhören. Es ist zu lange. Was? Ich kann nicht hören. Es ist zu lange. Jasne, was ist es? Warum ist es zu lange? Jasne, spreche mit mir. Er ist für andere. Er ist... Du. Du. Was hast du getan? Shit. Er hat dich auch gefunden. Warum? Er ist blühen uns. Was hat es gewonnen? Das ist nicht gut. Ich habe nicht verholt, deine comrades. Geh auf. So viel für sprechen. Jasne, nicht ihn. Okay, I guess. Ich soll dem noch gehen. Das wird ganz gut enden. Da bin ich mir sicher. Ich kann mich gar nicht umdrehen. Nee, er schubst mich dann. Ist bei dir alles okay? Ah, okay... Wait, don't move! You didn't even spare the archetype. I got some nerve to unleash such murderous shit. Hey! Don't turn around! Ähm... You're a scientist, just like me! Yes, now what are you doing? You don't shoot at people. Shoot. He has a gun. I'm a technician, smartass. Firearms are chemical weapons. What's the difference? Same outcome. Look, I know that people have died. You're comrades. But you have to understand. Yes, I know. You have nothing to do with it. And being on Regis? Sure, you're just passing through. Bullshit. You will explain yourself to the Astro Gator himself. That's right. Open your face. But if you try anything, I'll do it. I'll shoot you. Yes, now. I don't know what you're trying to do, but he sounds serious. There has to be a way. Take it easy, please. I'll handle him. Huh? What are you babbling on about? A death wish. Only short answers from now on. I'll ask the questions and you'll answer with a short yes or no if you think it's safe to do so. Or some code. Maybe he grunts. Do you understand? Uh... Do as you see fit. I'll help as best I can. Is there anyone else? Uh-huh. So he's not alone. Are others close by? Star dammit. Nuh-uh. Got it. That's why I can't hear the... Nuh-uh. No? No. 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 That's surprising. Do you like that? No. No. Of course not. No. No. Ja, sowas in der Art, ja. Ja. Ist das gut? Ah, beim Kopf dann. Ja. Er hat keinen Helm auf. Ja, das... Finally. Ja, ja, ich geh ja schon. Ja, gut, das ist es auch irgendwo wahr. Äh... Nein, überhaupt nicht. Ja, dankeschön. Ja, ich würde sehr gern. Ja, jetzt komm... Hallo. Ich will da nicht antworten. Okay, damit wäre der Funk jetzt erstmal vorbei. Ich geh dann einfach mal den Kabel hier entlang. Also mindestens zwei Personen müssen ja hier noch am Leben sein. Wenn wir jetzt sozusagen am Estrugator hingehen. Aber wenn die alle hier die Luft jetzt schon einatmen, glaube ich, wird das kein sinnvolles Gespräch werden. Ich geh da mal lang, ne? Okay. Ganz viel nix hier drin. Ah! Mh... Überschaubar. Da ist noch jemand. Wieso kriecht der? Was ist passiert? Da auch. Ähm... Die wurden angegriffen. Da ist er. Komm schon. Du musst dich hauern. Eine für dich. Und eine... Also... Meistensmäßig scheint es ihm gut zu gehen, auch wenn einer an der Klatsche hat. Spliskas, mein Freund. Es ist nur ich. Geh es einfach. Du bist sicher. Ob die alle der Luft gleich lang schon ausgesetzt sind. Ich selber kann aber leider nix tun. Ich habe dich nicht mehr. Ich habe sie gehört. Sehr schön. Ein bisschen mehr. Lass mich noch nicht mehr machen. Ich habe die Kavien. Ich weiß, dass Dr. Magdorf geht da. Wenn nur du mir sagst, was erarbeitet hat. Vielleicht wäre es einfacher. Wenn nur du möglich gemacht hast. Sebulon hat auch verloren. Nein, ich weiß nicht woher. Ja, diesbezüglich sollten wir vielleicht mal reden. Ja. Muss er jetzt zu mir? Guten Tag. Hey. Will ich ihn wegstoßen? Klar, Konversation, kein gar nichts. Komm schon, Komrade. Lass sie allein. Lass sie da sitzen. Ich muss eine Nachricht senden. Und du, mach dein eigenes Geschäft. Ja. Die konnte ich ja nicht machen, ne? Hm. Hallo, Bridge. Rohitra spricht. Ah, Rohitra. Can you hear me? Over. You're still not getting through. This is an urgent announcement. It's the 26th day of the mission. 1300 hours, 42 minutes. Oh, ich werde jetzt schon nicht die Funde. Ich werde die Presence von der Commonwealth Units auf der Fläche des Planeten. Ich habe eine Person arrestiert, es ist eine Frau, unabhängig. I haven't noticed any other people or other units nearby, but this person was in active radio-kontakt. I'm requesting backup. Over and out. Hey, Milas. Hope you're still in range. Listen, the commonwealthers are here. I have one of them, a woman. She was talking to someone on the radio, but I didn't see anyone around. Hm, kann ich nicht mehr in die andere Richtung gucken? Mein Name ist Jasna, oder? Ja. Mein Name ist Jasna. Nicht, dass ich mich fragen würde. Du bist Rohitra, oder? Ich arbeite als Astrobiologer. Nein. Ähm... Abschirmung. Saarstoffbehälter. Sichtensbeharung. Stimmt, die haben alle einen Bart. Ähm... Abschirmung. Sind Sie sich von den Flüten? Ähm... Von was? Flüten. Du nimmst sie dir selbst. Ich meine, die Allianz hat. Es scheint mir zu sein, dass die Kommandungsstabler viel zu haben, um dich zu sprechen. Aber ich muss es nicht. Du hast hier lange kamen? Ähm... Antwoord? Okay. Okay. Unterliegen. Aha. Äh... We'll see a... Condor... Lose. Ich glaube, dass Sie oft gehen, um die Züpfleien zu gehen. Oh... Du wirst nicht aufhören, will du? Also, es gibt nichts anderes zu tun, an diesem Retroplanet. Hahaha. Das stimmt. Wohl wahr. Wohl wahr. Wow. So. Machen wir den hier noch. Wir haben uns nur diesen Planeten erforscht. Wir sollten halt ausfüllen, was... Naja, erster Reise. Ja, offensichtlich wohl nicht. Das ist aber die Wahrheit. Oh, wir hatten da was. Stimmt ja mal gefunden. Hier. Ja, und jetzt? Aber ich habe nichts zu übersehen. Ja. Ihr findet es gruselig, wie der einfach... ...in seinem Movement einfach stehen bleibt. Wir sollten heraussehen, was... ...was ihr hier macht. Ich habe nicht gelogen, ja. Ja. Ganz klein bin ich. Ja. 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 Ah, warum bist du geblieben? Naja, wir sagen... ...ja doch, ich lüge nicht. Zu? Willst du uns vielleicht erzählen, wie es deinen Kollegen gibt? Wo ist ja nicht der andere? Der wird da hinten? Wie war es das? Wie war es? Wie war es? Wie war es? Ich habe überhaupt nicht gelogen. Ich glaube, es war es. Es ist fliegelig. Aber schützt ihn. Mal. Du musst dich schützt, nach allem, was du hast geflogen. Ehhhhhh. Ich glaube, ich habe es sehr gut. Ich bin auch. Ich bin silent für zwei Sekunden. Sehr lustig. Ich weiß wirklich was falsch mit dem? Ich weiß was er hat und wie. Diese Planeten ist durch Mikrobots. Das Ihre Wissenschaftler haben sich genannt, Flies. Millions. Of Mikrobots. Eine wirkliche Cloud. Eine Cloud of Flies. Which can literally erase the human mind. Wash away all memories. That sounds... Can you prove it somehow? I could. If you released me. Nice try. I'll do it as follows. Arc 10 will watch over you. And I'll keep an eye out for Milas. As soon as he returns with help, you will show us this Cloud. Arc 10, come to me. Supervisory procedure. One person, a woman. No Alliance ID. Targeted. I confirm. Should I start the surveillance? Yes. Guard our guest. Oh great. Ja. Das ist natürlich super. Ich vermute mal der wird auch schnell laufen können. Oh. Mein Neck. Von mir gepennt? Reicht ich erst zum Unterstupf? Find ich das? Oh. Der leuchtet nicht mehr. Oh, 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 oh. Okay. Hm. Es ist ein Roboter. Wo ich mit dem Stein machen. Hm. Hm. Ich will ihm eigentlich nicht trauen. Ich mach's mal da hin. Okay. Ich muss ihm leider wehtun. Psst. Priority. Zero. Man in danger. Was? Krass. Ja, ist das jetzt wirklich gut? Ja, und dann? Was soll man denn dann tun? Oh, jetzt ist es wieder am Ruckeln. Ja, fürs Erste. Ja. Ich kann da nicht runter. Also wenn der Roboter jetzt schlau ist. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Mann? Er hat dich nicht verletzt, oder? Ich habe mit Rahitra gesprochen. Dann hat er eine Octane gelegt. Aber es ist die Algorithmus ist leicht. Was ist das? Was ist das Mann? Was ist das Mann? Bei Gästen oben lang? Bei Gästen oben lang? Ja, und wo verstecken? Das ist die Frage. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Sind schon wieder an der Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Bravura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.